Weiter geht's! Und da ist auch schon wieder unser alter, bekannter Henning. Und... Ach, wir sind weit gekommen. Wir sind deshalb auch vorsichtig da. Und hab da trotz aller... Ach so, großer Vorsicht schon wieder Zeit verloren auf Henning. Der hier wirklich wie eine Rakete Abbrugig scheint. Wie als wenn der Teufel persönlich hinterher wäre, und vielleicht sogar der Fall ist, der Diekutuan wäre, glaube ich, nicht so der Nachricht. Ufff! Ufff! Okay, da sind wir hier durch. Und entscheidend für Glück aufeinander abgestimmt zu sein. Okay, und das gleiche nochmal. Lieber Gott... Oh shit, wir beten ja den da an. Also... Lieber Daiviochuan. Wenn du mich hörst. Bitte lass uns von diesen wunderbaren husenden Teleportationssteinen in volle Kanne erwischt werden. Wir wollen wieder an den Anfang dieses wunderschönen, großartigen Raumes zurück. Genau wie im Pokémon-Anime Warum auch hoch trainierte Pokémon, mit denen man gut klarkommt, um Meister zu werden. Nein, ein Neuanfang ist immer voll geil, also BITTE! Amen! Ihr Spastis! Ich erfüll euch doch keinen Wunsch! AHHHHH! Ah... Das Euro galt jetzt noch nicht mal den horizontalen Gang da oben. Nein... So weit bin ich ja noch gar nicht. Wir müssen jetzt hier... Also, wir haben viel geschafft. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Schnitt. Und beim... Out! Okay, weiter geht's! Also, hier... Kleine Veränderung. Dem Kollegen... Dem wurde hier... Die Klappe zugestoppt, Zugeklebt, zugeschnürt Der hat durch zu sein. Ich habe mir alle geschafft! Und dann viele to go! Ich habe mir alle geschafft! Und dann viele to go! Ich habe ganz viele to go! Also, beim nächsten Mal gucken wir das... Autsch, immer noch nicht. Okay. Ich will echt nicht mehr. Okay. Also, beim nächsten Mal da... Ich... Immer noch nicht, oder? Und nie war die Verführung von Faith so groß wie jetzt. Aber was soll ich meine schweißdrieffenden Hände kurz abwischen? Nur damit sie schon wieder noch mehr schweißdrieffen, wenn sie wieder an der Tastatur sind. Also, das kann... Panik... Immer noch nicht, oder? Ich... 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 Feel... Ich... Ich... Mal... Aber... rechnen, der hat uns lang genug schikaniert. Er soll bezahlen für all das, was er uns hier angetan hat und das so richtig. Aber wie kann man jemanden, der vielleicht überhaupt nicht mal in der Lage ist, Schmerz zu spüren, wie kann man dem überhaupt mal so richtig Schaden zufügen. Und ich meine, der ist ja auch unantastbar, wenn man den anlabert, angreift, was auch immer, dann zwickt der einen einfach in eine andere Hemisphäre. Wie soll man gegen so einen ankommen, aber ich werde Mittel und Wege finden, damit Henning hier in Zukunft so richtig leiden muss. Und ich wünsche, ich könnte nur halb so viel mit dir einstellen, wie ich mir gerade in diesen letzten Sekunden habe ausmalen können. Genug gelabert. Bereit für das große Finale. Also beim nächsten Mal soll es dann soweit sein, wir führen den letzten entscheidenden Kampf gegen Henning. Wir beenden diese Schlacht. Ein für alle Mal. Und dann ist nur noch der Dariel Twan vor uns der letzte Streiter, der diesen Krieg noch für die Gegenseite entscheiden kann. Aber auch er wird daran glauben. Aber das ist Zukunftsmusik. Unser Gegner wird erst mal Henning sein. Also dann beim nächsten Mal heißt es die letzte entscheidende Flacht gegen Henning. Er soll so richtig leiden. Henning! 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 Zwicken!